Mein Name ist Wolfgang Moeck von der Firma MoeckTV, der mit der größten Klappe. Ich bin jetzt seit mehr als 25 Jahren in der Fernsehbranche tätig und habe mich jetzt spezialisiert auf Musik und Firmenvideos. Ein Firmenvideo ist eine bewegte Visitenkarte und eine weitere Möglichkeit, sich von der Konkurrenz abzuheben. Das Online-Video gilt als die derzeit erfolgreichste Werbeform im Internet. Besucher einer Homepage verweilen statistisch gesehen viel länger auf dieser, boah, schweres Wort, wenn ein Video eingebaut ist. Ich suche Firmeninhaber, die ihr Unternehmen informativ, aber auch unterhaltsam auf ihrer Homepage und auf den Internetkanälen zur Neukundengewinnung präsentieren möchten. Mein Name ist Wolfgang Moeck von der Firma MoeckTV. MoeckTV, der mit der größten Klappe. MoeckTV, der mit der größten Klappe.